ARD Text im Auftrag von Funk Komm zu mir! John? Schiebe deine Hand! John! 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 Warum sprichst du mit dem Pferd? Warum bin ich voller Dreck? Ich hab dich begraben. Warum lebe ich noch? Acht Männer reiten in Canyon. Sieben hab ich begraben. Pferd sagt, du bist Seelenwanderer. Ein Mann, der auf anderer Seite war und zurückkehrt. Ein Mann, der nicht sterben kann in Schlacht. Großer Dachschaden bei Pferd. Wenn wir zusammen reiten, reiten wir für die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist, was ich suche, Kimus. Leute denken, du bist tot. Besser sie denken, weiter so. Du willst, dass ich eine Maske trage? Es kommt Zeit, wo guter Mann Maske tragen muss. Also dann, legen wir los. Dach. 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 Dach! Dach. Die Welt ist zu groß, Mann. Dann mach sie dir kleiner. Konzentrier dich auf meine Stimme. Stell dir vor, sie wäre eine Insel im Ozean. Siehst du sie? Ich sehe sie.